So, The Crew, PS4, Ubisoft Game, du hast das Glück, du konntest es platinieren, ganz viele Leute haben Pech mit einer Trophäe, aber wie fandest du das Konzept eines Autorennen-MMUs erstmal? Also ich war, wo das angekündigt wurde, war ich echt mega gehypt auf das Spiel und da habe ich dann wieder richtig angefangen, so mit Rennspielen irgendwie, das war auch die Zeit, glaube ich, gewesen, wo ich dann die ganzen anderen For Speed-Teile fertig gemacht habe und ja, dann hat es halt leider so ein bisschen enttäuscht, was halt geil in dem Spiel war, weil wirklich, wenn du so einen Roadtrip mit irgendwie ein paar Leuten gemacht hast, du bist irgendwie so durch die USA geflogen, hast dir alles so angeguckt in dem Spiel halt, aber ansonsten hat das Spiel, dann halt leider nicht so überzeugt irgendwie. Okay. Und die Platin war auch grindy as fuck gewesen. Ja, wie gesagt, du hattest Glück. Manche haben mit der 1000 Meilen Trophy-Page. Okay. Einzige Workaround ist, seinen Spielstand, seinen Online-Spielstand löschen zu lassen durch Ubisoft und da stellen die sich manchmal quer, muss man viel Geduld mitbringen. Ich weiß mir bloß noch, was richtig blöd bei dem Spiel war. Da brauchte man für eine Trophy irgendwie 10.000 Dollar Tageseinkommen oder so und man hat das erreicht, indem man eine bestimmte Anzahl an Ansehenspunkte oder so hatte und je nachdem, welche Prozent Tier sozusagen man auf der Welt war, hat man halt eine bestimmte Anzahl an Einkommen bekommen. Und wenn du halt 10.000 Dollar damals bekommen wolltest, wo ich das gemacht habe, dann musstest du unter den Top 1% sein auf der ganzen Welt. Und dann habe ich halt irgendwie 300 Mal oder so in zwei Tagen ein so Rennen gemacht, was halt relativ viele Ansehenspunkte gab und habe das dann halt geschafft. Und irgendwie eine Woche später oder so kam ein Patch, wo die das sozusagen höher skaliert haben, dieses Tageseinkommen, weil die irgendwie sich beschwert haben, die Leute. Und dann war sozusagen das, wo ich da 10.000 Dollar bekommen habe mit dem Top 1%, war dann auf einmal irgendwie 3 Millionen Dollar. Und ich glaube, der Top 0,1% hatte 10 Millionen Dollar dann bekommen und Top 1% 3 Millionen oder irgendwie so. Und da habe ich mich dann auch mega geärgert, weil dann hätte man nur noch irgendwie Top 90% oder so sein müssen. Ja, aber lieber so rum als andersrum. Ja. So, dann Far Cry 4, der nächste Ableger in der Reihe. Ja, gibt es jetzt eigentlich viel zu sagen, war eigentlich relativ straightforward gewesen. Hast du Solo gespielt oder im Koop? Oh, das habe ich, glaube ich, direkt am Anfang gemacht mit meinen Kollegen, diese zwei Trophys und dann einfach alles erkundet, alles eingenommen. Okay. Ja, cool. Borderlands Priestable, den zweiten Stack, muss man ja mitnehmen als Borderlands-Fan. Das habe ich dann einfach nur mit anderen Kollegen gezockt, die das noch nicht gespielt haben. Da habe ich gedacht, nehme ich dir noch gleich mit. Hast du alle Borderlands-Stacks, die machbar sind oder war das gar nicht dein Anspruch? Nee, das war ja nicht mein Anspruch. Also, ich glaube, da fehlt mir auch dieser Telltale-Teil da. Aha. Aber so alle Hauptspiele habe ich eigentlich doppelt, glaube ich, oder alle, die es gibt. Okay. Japan-Version von Borderlands 1, PS3. Nee, 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 das habe ich nicht. Okay. Da kann ich die Trophäen ja nicht lesen. Da hast du ja auch Glück, dass du die nicht hast, weil da sind die 100% nicht mehr möglich. Die haben die Scheiße gebaut mit dem letzten DLC. So, dann zum nächsten Rennspiel, Drive Club, super tolles Spiel. Oh ja. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang immer so nebenbei einfach gespielt, die DLCs. Auch mega viel Bock gemacht. Ja. Kann man mitnehmen. Ist gut machbar. Manche beschweren sich da wegen der Spanne, der Schwierigkeit zwischen Hauptspiel und DLC. Aber ich finde, wenn man das relativ am Stück durchspielt. Ich fand eigentlich nur das letzte DLC, dieses AMG-DLC, war dann nochmal ein bisschen schwerer gewesen. Ja. Und halt so vereinzelt ein paar Rennen. Also da irgendwie dieses Venom-Irgendwas-Rennen da bei Regen zum Beispiel oder so. Andi meinte, könnte dir die Japan-Version leihen, aber ich glaube, du hast kein Interesse, weil man nicht 100% machen kann, oder? Nee, 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 nee. Dann nicht. Also, wenn die eh nicht mehr geht, dann... Okay. Wenn die eh nicht mehr geht, dann... und deswegen ist die unmöglich geworden, die 100%. Aber danke für das Angebot an die Flash beim nächsten Mal dann. Ja, weiter geht's mit Homefront. Das war eine traurige Geschichte, oder? Ja, da sind leider die Server sehr schnell offline gegangen. Kann man nichts machen. Willst du dann, wirst du es dann so weit spielen, wie es möglich ist? Oder lässt du das dann bei denen? Hatte ich erst überlegt, aber irgendwie so PS3-Games da jetzt nochmal auf Krampf zu machen, wegen so ein, zwei Trophäen, da habe ich irgendwie auch nicht mehr so Bock drauf. Fehlt die Motivation dann. Krass, okay. Ich habe gedacht, du willst deine Completion so weit pushen wie möglich. Aber vielleicht kommt es ja noch weiter. Ja, mal sehen. Vielleicht irgendwann nochmal, wenn ich Lust drauf bekomme. Aber ich habe ja jetzt in letzter Zeit eh so ein paar PS3-Games gemacht, da ist jetzt erst mal so ein bisschen die Luft raus. Ja, also habe ich ein bisschen zu viel schlechte Framework gesehen jetzt. Da kommt der FPS-Fetisch jetzt wieder zum Tragen. So, das nächste grindy-as-fuck-Spiel Far Cry 2. Ja, also da sagt das Bild schon alles. Also dieses Bild da wieder alles brennt, so sah es gefühlt auch bei mir aus, jeden Tag, wo ich das gespielt habe. Das ist halt so eine scheiß Trockenliste, ey. Das ist so Das wäre sowohl Singleplayer war da einfach ein absoluter Albtraum und der Multiplayer. Allein ist schon diese Diamant-Trophy, wo man mit diesem Kack-Peil-Sender die ganze Zeit durch die durch die durch Afrika da durchlaufen muss und die scheiß Diamanten zu finden und dann musst du teilweise irgendwelche, kommst du nur ran, wenn du da so einen Gleiter irgendwie nimmst und dann musst du da ewig rumsuchen. Und was mich auch richtig allgemein im Spiel genervt hat, dass überall, die jedes Mal nach zwei Minuten die ganzen Gegner respawn sind. Du bist dann mit dem Auto durch, du willst einfach bis irgendwo hinfahren mit dem Auto und dann musst du wieder absteigen und dein Geschütz immer vom Auto benutzen, weil die Waffen gehen erst mal kaputt irgendwann und zweitens hast du auch voll wenig Muni die ganze Zeit und dann fährst du da jedes Mal durch, da steht dann wieder nach fünf Metern wieder ein Außenposten, ballerst die alle nieder und dann spawnen sie wieder nach zwei Minuten. Ja, und wie beschissen der Multiplayer einfach war. Also unabhängig davon, dass es grindy war, aber der hat sich auch scheiße gespielt, der war relativ schnell tot und man konnte es dann nur noch boosten irgendwann. Also Legend-Age-Spielen ging da nix. Bei Multiplayer, da haben wir das während den Weihnachtsferien gemacht. Tatsächlich, da haben wir zwei Leute gesucht und mit dem einen habe ich tatsächlich letztens als wieder Destiny gespielt, mit dem ich da geboostet habe. Und das war auch wirklich, also da haben wir jetzt innerhalb von zwei Wochen, ich glaube zwölf Stunden pro Tag oder so, in den Weihnachtsferien da das durchgeboostet. Ja, war ein bisschen tolle Ferien. Ja, also so im Nachhinein ist es halt schöner in Erinnerung geblieben irgendwie, ne? Ja. Ich kann mich an die anderen Weihnachten nicht so erinnern. Okay, cool, cool, cool. Du weißt, besonders schlimme Erlebnisse bleiben auch im Gedächtnis, vielleicht liegst du da. Gehen wir zu einem besseren Titel, vielleicht, weiß nicht, musst du mir sagen, Rainbow Six Siege, Tom Clancy's. Bei dem Spiel, das habe ich mir eigentlich nur geholt wegen dem Kumpel, weil mir liegen solche Spiele eigentlich nicht, weil das sind halt so taktische Shooter irgendwie, wo du halt nur ein Leben hast und das finde ich eigentlich nicht so geil. Ja, ich habe es dann halt auf Platin gemacht relativ schnell und dann habe ich es auch direkt aufgehört. Okay. Mein Kumpel, mit dem ich es angefangen habe, der hat dann tatsächlich sogar in der deutschen Liga oder irgendwie gespielt bei dem Spiel. Okay, krass. Aber ich war da zu schlecht für. Da hat UBs tatsächlich vorbildliche Arbeit geleistet, da wurden Spielmodi rausgenommen, die Trophäen relevant waren. Die haben nachträglich die Trophy-Liste geändert, das fand ich super. Aber Siege Mega Extraction ist leider ganz anders. Oh, da habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wusste gar nicht, dass das schon draußen ist. Aber ja, da muss ich den Lob aussprechen. Ist in letzter Zeit auch verhäuft der Fall, dass Trophäenlisten angepasst werden. Man merkt, unsere Stimmen werden gehört und wir werden immer wichtiger in der Szene. Und ja, aber cool. Aber ich finde, da macht Sony eh einen guten Job, was das angeht. Also die lassen das ja auch gar nicht so wirklich zu, meistens eigentlich, dass du halt, ähm, weil das ist ja irgendwie Quatsch eigentlich, wenn du irgendwie was in dem Spiel gar nicht mehr hast und dann hast du aber die Trophäe dafür noch. Also bei den Spielen zumindest, die ich gespielt habe, ist das eigentlich jedes Mal passiert dann früher oder später, dass dann die Trophäen das so angepasst wurde. Ja, das Problem ist bei Spielen, ähm, in den Rückgabepolitik von Sony heißt es, wenn die Platin nicht möglich ist, kriegst du einen Refund. Und deswegen sind da vor allem bei Spielen, die noch gut laufen, da wird das angepasst. Ja. Bei Free-to-Play-Spielen oder bei Spielen, die dann... Ja, ja, stimmt. Also so Game of Service. Also, ähm, da wird das halt, äh, nicht gemacht, deswegen. Ja. Weil dann eh kaum Leute sich drüber aufregen, dann so. Genau, da gibt's halt kein, keine Refunds mehr und, ähm, ja. Deswegen, äh, ja, gehen wir weiter zu einer neuen Sparte, Spiele-Sparte, dein erstes Souls-Like mit Bloodborne. Ja, da, genau, da hat sich's dann angefangen, äh, dieses Souls-Magie, ähm, in mir zu lösen, äh, oder erheben irgendwie oder so. Mhm. In der Hose erhoben. Also, ich war auf jeden Fall so ein bisschen, ähm, ja, war schwierig, da irgendwie reinzukommen am Anfang. Mhm. Aber irgendwann ist dann einfach so dieser Funke übergesprungen und dann, äh, hat sich's einfach, hab ich das Licht gesehen, so mäßig, ne, sag ich mal. Und, äh, ja, dann waren halt so viele geile Games, die ich noch zocken konnte. Ja. Wo ich das dann erkannt hatte. Du hast es durchgesucht, so zwei Wochen, fünf Tage für die Hundertprozent ist schon nicht ohne, vor allem für das erste Spiel. Ja, das sagt alles aus, glaube ich, ja. Und ich weiß noch genau, da gibt's die eine, also man muss ja die Challenge, Challenge-Dungeons machen, und da gab's diesen einen Gegner in dem verfluchten, also das ist ja noch nicht gespielt, das Spiel, ne, aber du wirst jetzt nicht wissen, was ich damit meine, aber vielleicht manche Leute im Chat, ähm, und da gibt's halt diesen verfluchten Dungeon, und da hast du sozusagen nur die Hälfte deiner Leben, und dich, du hast halt extrem viele Attacken, die dich one-hitten können, von den Bossen. Und da gab's einen, so einen scheiß Feuerhund, und da hab ich, glaube ich, zwei Tage lang, äh, dran gehangen, und jeden, jede Nacht davon auch noch geträumt, also so schlimm war es. Äh, ja, Ani meint auch Amygdala und Kelch, das sagt mir auch nix, aber vielleicht dir. Ja, das war die, die danach kamen, die fand ich aber tatsächlich nicht so schlimm. Okay. Die hat, war auch schwer, da hab ich, glaube ich, sogar dann ein Video hochgeladen, wo ich die geschafft hab, aber der Feuerhund, der hat mir wirklich, äh, hat mich sehr durch die Lobby da geschleudert. Ja, krass. So, gehen wir weiter zu Far Cry Primal. Äh, das fand ich echt irgendwie nicht so geil, Alter, das Spiel. Da hat mir das aber hauptsächlich auch wegen dem Setting nicht so gefallen. Ja, das, äh, fällt halt sehr stark heraus, äh, viele mögens, also wenige mögens, viele hatens, das hat Geschmackssache, ne? Ja, also ich weiß zum Beispiel noch, die Bosskämpfe, so das Bogenschießen, so war halt immer noch geil, ne? Und du konntest auch so Sperre werfen, aber so dieses Melee-Kampfsystem mit so Coilen oder so, das hat sich halt einfach so stumpf angefühlt, das, ja, das, äh, hat einfach irgendwie nicht gebockt. Okay. Weiter geht's mit Black Ops, äh, COD, das erste Black Ops, Shangri-La und Immun. Ja, das war halt auch eins der COD-Teile, die ich mit Abstand am meisten gespielt hab, also ich glaub, alleine im Multiplayer hatte ich da auch 350 Stunden oder so. Ah. Ähm, und da war halt die Kampagne auch mega geil gewesen und der Zombie-Modus. Ähm, da hast du ja noch, also alleine das Kino der Toten und so, ne? Das war einfach Legenden-Maps. Ähm, und das war halt auch damals noch viel schwerer, fand ich, irgendwie, du hast gar keine richtigen Upgrades und so gehabt, du hattest halt deine Tränke, so Juggernaut und sowas, äh, aber du warst halt auch gefühlt irgendwie viel langsamer, du konntest nicht rutschen oder so. Du bist überall hängen geblieben an jeder Kante. Ja, ja. Ja. Das lief halt, ja. Auch manchmal nicht so geil, wenn man dann so in den höheren Runden war, dann lief das teilweise mit 20 FPS oder so. Ja, ja. Da fand ich halt schade, dass man wieder Affen töten musste für die Platin in der Kampagne. Warum auch immer. Ja, die Zombie-Sachen sind schon immer echt cool gewesen. Das hat mich auch so ein bisschen immer an Destiny Raids erinnert dann. Das stimmt. Also Shangri-La, da habe ich echt lange dran gesessen, weil da hast du halt RNG-Glück gebraucht, dass du die Shrink-Gun bekommst. Ähm, ja. Das war halt ein bisschen abgefuckt. Und Moon sowieso. Was halt, was halt mega geil immer war in den Zombie-Maps fand ich diese, ähm, wenn du diese Musik aktiviert hast, da gab es halt immer auf jeder Map so eine bestimmte Stelle, wo du, äh, Sachen machen musstest und dann kam halt für ein paar Minuten so ein Soundtrack von der Map. Okay. Und dann gespielt ist. Cool. Äh, Project Cars. Weiter geht's. Ja, das war auch schlimm gewesen wegen diesen Community-Challenges. Ja. Ähm, da musste man, glaube ich, irgendwie immer warten und dann kam da ewig keine neue Challenge und du musstest halt wirklich eine gute Zeit haben, dass du halt unter die Top-1000, glaube ich, kommst. Und es hat das irgendwie nicht speziell, 3.300. Ach so, okay. So viel ich weiß. Hat mein Entwickler gemeint. Ja. Und das musste man halt 20 Mal machen. Ja. Und, ähm, hier nochmal der obligatorische Hinweis, wenn ihr das Spiel heute anfangen wollt, schaut, dass genug Community-Challenges draußen sind, man weiß nicht, ob die erneuert werden. So, äh, World at Home. Aber ich muss nur sagen, ich, ähm, sorry. Ja. Ähm, ich, äh, mag auch diese Simulations-Racer nicht so gerade leider. Okay. Habe ich dann so festgestellt. Ja, Drive Club ist dann gut so an der Grenze, finde ich, zwischen Simulation und Arcade. Ja, genau. Ja. So, echt gut. Oder noch, ähm, es hat auch so schöne Fantasiestrecken, ist nicht so generisch, irgendwie immer diese Nordschleife und so. Ja, genau. Und zum Beispiel Shift fand ich auch so ein gutes Missile-Maß irgendwie. Es war halt auch noch ein bisschen Arcade im Vergleich jetzt zu, äh, Project Cars oder so. Gut, ähm, dann geht's weiter. World at War, 100%. Das hast du nicht mit einem deutschen Account gemacht? Nee, 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 ging leider nicht. Da hab ich mir bei Games Only, hab ich mir die Version nochmal geholt. Ne, österreichische. Okay, dann österreichischer Account, äh, die DLCs. Ja. Nach der Toten, ne. Also, das war jetzt auch, also da war der Zombie-Modus wirklich richtig, schwer gewesen. Der war nochmal ein bisschen schwerer als Black Ops 1. Ja, und da hat's halt auch richtig geleckt, finde ich, wenn da so ein bisschen was los war. Ja. Da sind die FPS in den Keller gegangen. Und die Kampagne war auch echt von den ganzen Kampagnen die schwerste, fand ich, auch Veteran. Ja. Also, was sich da manchmal, also das war wirklich gottlos manchmal, was sich da getötet hat. Die Granaten. Ich sag nur Granaten. Ja, die Gegner haben gefühlt tausend Granaten gehabt, also. Ja, aber auch geschafft, äh, alles machbar. Ja. War cool. Ich fand, ähm, das ist halt gut, dass du verschiedene, ähm, Allianzen spielen konntest, weißt du? Dass du halt, äh, gewechselt bist. Ja, nicht, nicht nur Russland und Amis. Genau, das fand ich in der Kampagne gut, dass du da die verschiedenen Schauplätze, äh, miterlebt hast. Und die einzigartigen Waffen von allen, die Grabenkämpfe waren krass mit dem Flammenwerfer. Das hatte schon eine gute Stimmung. Also, gut eingefangene Atmosphäre. Ähm, es hat nur noch Battlefield 1, meine ich, geschafft, bei den, ähm, Weltkriegs-Sendings. Ja. Äh, das haben die echt gut hinbekommen. Dann, äh, ah, krass, BO2, auch auf Platin, leider nicht mehr möglich. Ja, das war halt eins, ähm, der CODs, wo ich halt in eine Mod-Lobby gekommen bin, ne? Also, die Platin hab ich ganz legit gemacht. Mhm. Und wenn du jetzt mal auf die DLC-Trophys gehst, kannst du ja mal kurz machen, wenn du willst. Mach ich. Äh, da sieht man halt dann die Zeiten, ne, dass das dann alles auf einmal anlockt wurde. Ja, 8.21 Uhr. Das war dein Pechtag, der 5. Mai. Schreib's in den Klender. Ja, schade. Schade, das kann man halt nicht beeinflussen. Und mal gucken, ob halt, äh, diese White-List kommt, die geplant ist, dann könntest du halt wieder entsperrt werden. Ja, mal sehen. Jo. Ich drück dir die Daumen. Das ist natürlich cool. So, dann geht's weiter zu White Hunt, Witcher 3. Ja, super. Also, echt, äh, das war auch so ein Game, der letzten 10 Jahre irgendwie gefühlt, was halt einfach so rausgestochen ist, fand ich. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Da hab ich, äh, jetzt schon sozusagen, oder da hatte ich so ein paar Jahre nach Release, hatte ich da schon Nostalgie-Gefühle in dem Spiel. So, so heftig war das. Ähm, ja, also, alleine Quest-mäßig, ganzen Nebenquests machen, teilweise sind die alle 10 Mal besser als irgendwelche Hauptquests in anderen Spielen. Das stimmt, ja. Und, äh, da passt einfach alles. Ja. Auch die WLCs, dann haben's dann einfach nochmal getoppt und ich hab das, glaub ich, auch insgesamt, keine Ahnung, sechs- oder siebenmal durchgespielt. Ja, krass. Ähm, es ist ja dreifach Platin möglich. Hast du dir überlegt, da noch einen Stack zu machen? Ähm, ich hab ja das Game of CD hab ich ja noch, aber ich glaub, wenn, dann würde ich dann die PS5-Version nochmal machen. Okay. Wenn die rauskommt. Andi fand Witcher 3 furchtbar, äh, Leo sagt Witcher bestes Spiel. Ich hab das vor meiner Trophy-Zeit gezockt, nur die Story. Ah, es gibt natürlich, der Story geht erstmal weiter. Ähm, ja, ich hab's vor meiner Trophy-Zeit gezockt. Es war wirklich so wie so eine gute Serie. Du bist abends nach Hause gekommen. Das Erste, was du machen wolltest, einschalten und weiterspielen. So, so krass getrieben hat das. So, jetzt, äh, du wolltest noch was sagen? Ähm, na, was natürlich, es gibt natürlich so ein paar schlechte Sachen in dem Spiel, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und jetzt so im Nachhinein zum Beispiel das Kampfsystem oder so, wenn man halt irgendwie die Souls-Teile gespielt hat oder so, da ist das ja einfach ein Witz, wie der irgendwie gefühlt nur mit einer komischen halben, äh, Drehattacke und so immer zuschlägt und so. Äh, aber immer noch besser als bei anderen Games. Ja. Also, ja. Aber bei mir ist halt immer das Problem so, wenn man halt die Souls-Games gespielt hat irgendwie oder so das Beste vom Besten irgendwie, dann ist man halt, das gewohnt irgendwie und das ist immer schwer, dann so wieder zurückzukommen. Kann ich verstehen. Dann, apropos Souls-Games, Dark Souls 3, da geht's weiter im Programm. Das war dann tatsächlich, ähm, nach Bloodborne mein erstes Dark Souls gewesen, der Dreier. Mhm. Ganz komische Reihenfolge. Ähm, aber das, äh, ich hab halt Bloodborne gezockt und dann haben halt alle mega krass Dark Souls 3 gehypt und hab halt gedacht, okay, da muss ich mitgehen, ich muss mir das auch holen, hab halt keinen Plan gehabt, was mich erwartet hat. Und ich war wirklich so schlecht in dem Spiel, kann ich dir sagen, also, ich hab mich da teilweise durch den, durch das erste New Game hab ich mich von zwei Kumpels durchcarryen lassen. Okay. Ich hab die quasi gesummoned bei mir, bei vor jedem Boss oder vor jedem Gebiet, dann sind wir da zusammen durchgelaufen und ich stand, keine Ahnung, zehn Meter weg vom Boss und hab die anderen beiden den Boss töten lassen und solche Sachen. Ja. Also, bei so Curry-Sachen finde ich immer, bekommt man halt nichts mit vom Spiel. Ja, das war dann im Nachhinein auch echt scheiße gewesen und dann hab ich halt mich irgendwie durchgebissen, hab dann die anderen, die New Game Plus 2 und New Game Plus 3 dann, äh, selber auch durchgespielt. Und dann hat's so langsam angefangen, dass sie irgendwie reingekommen dann auch. Das hab ich schon mal bei Diablo gesagt oder bei Division, ich hab sehr viel Division gezockt. Leute, durchcarrying, hochleveln, bringt nix. Das kann man mit einem zweiten Charakter machen, da kann ich gerne helfen, hochleveln, aber spielt erstmal das Spiel so durch, dann lernt ihr die Mechaniken kennen und ich steig da nicht direkt im Endgame ein und seid komplett überfordert. Das hat ja einen Grund, warum es den Weg dorthin gibt, deswegen, ja. Ja, ich hab halt wirklich das Spiel damals einfach, weiß ich nicht, was das war. Also ich hab's erstens irgendwie nicht so richtig gecheckt, was ich, was ich falsch mache irgendwo und das war irgendwie ganz komisch gewesen. Also wenn ich das heutzutage betrachte, wie ich da damals gespielt hab, ey, also ich kann's echt nicht verstehen. Okay. Äh, aber 2016 war schon so dein Trophy, ja, oder? Ja, 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 auf jeden Fall, ja. Hat's, äh, irgendeinen Hintergrund oder einfach Zufall, warst du, hat's zu ergeben? Ach so, weil ich dann so viele Sachen da gespielt hab, oder was? hast du echt viele Sachen? Ja, weil ich, ich glaub, ich hatte da einfach so ne Phase gehabt, da gab's dann einfach nicht so ein wirklich gutes Multiplayer-Spiel. Okay. Ich glaub, Battlefield 4 hat dann einfach noch ne Weile gelangweilt und dann hab ich halt da die komplette Zeit reingesteckt. weil halt die Abstände zwischen den einzelnen Spielen ähm, gering sind, ja. Kann auch sein, dass du da einfach viele Spiele abgearbeitet hast, die du schon in der Liste hattest. Kann ja auch sein. Ja, ja, das auf jeden Fall auch. Also ich hab ja wirklich da erstmal 20 Spiele im Backlog gehabt oder so und die dann alle nachgeholt. So, weiter geht's. Fallout 4 100% 8 Monate. Ja, also Bethesda natürlich, ne, man kennt's. Das ist ja verbuggt am Anfang. Also vieles funktioniert, vieles funktioniert auch nicht und ich hatte auch so ein paar Bugs gehabt, glaub ich, bei manchen Trophäen. Okay. Und im Endeffekt fand ich eigentlich das ganze Spiel gar nicht mal so gut und nur das Nuka-Cola-DLC fand ich dann echt geil im Ende. Und beim Hauptgen hat mir halt so das Skilltree gefallen, aber irgendwie das ganze Gameplay und so war dann einfach irgendwann langweilig gewesen für mich irgendwie. Ja, Andi trifft's auf den Punkt. Bugtester ist so ziemlich zutreffend. Ja, dann zu einem wundervollen Spiel Destiny. Oh ja, da sind auf jeden Fall viele, habe ich viele Leute kennengelernt, mit denen ich heute sogar noch Kontakt habe. Wie viele tausend Stunden hast du drin? In Destiny 1 habe ich glaube ich 1500. Oha. Aber das war damals einfach, also so ein Spiel gab's halt damals einfach irgendwie nicht, wo das rauskam. Das stimmt, das stimmt. Ich habe halt gedacht, so okay, das sieht jetzt irgendwie aus, so ein bisschen wie Borderlands und dann habe ich tatsächlich das mit einem Kumpel dann angefangen und war erstmal, fand's echt cool und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo du diese Vorhutdinger machen musstest, irgendwie, dass du, du hast ja am Anfang diese Level gehabt und das Maximallevel war ja 30 und ganz normal über EP hast du dich auf Level 20 gelevelt und dann ging's nur noch weiter, an dem du deine Ausrüstung verbessert hast und da hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt, weil ich da den Vorhut auf Level 2 leveln musste und das war einfach ein stupides Grind und dann habe ich das Game erstmal, glaube ich, für einen Monat gequittet oder so und dann hatte ich mich aber irgendwann zusammengerafft nochmal und das irgendwie hochgegrindet und dann hat's echt wieder Bock gemacht irgendwie, wo ich dann meine erste Exo bekommen hab und so und vor allem, wo ich dann das erste Mal, man wusste ja gar nicht, was ein Raid ist oder so damals du hast einfach gedacht, ja das ist irgendwie so ein Koop-Game oder so und dann habe ich irgendwie mal einer gefragt, ja willst du denn mal hier den Raid mitmachen oder so und hab gedacht, ja was ist das überhaupt und hab da irgendwie so halb da mitgespielt, hab gar nicht gecheckt, was da überhaupt abgeht und ab dem Punkt war das einfach, war ich verliebt in das Spiel, glaube ich, seitdem ich das erste Mal den Raid gespielt hab. also Destiny war bei mir auch eine Offenbarung und ich hab's irgendwann Jahre nach Release, da gab's schon alle DLCs und alles, ähm, eingelegt in die PS4, es war Abend, ich starte das Spiel, das war eine heftige Atmosphäre, äh, es hat echt einen guten Start, richtig Spaß gemacht und dann hast du einen Sparrow ausgepackt und bist da durch dieses Gebiet gefahren. Ich hab einfach gedacht, geil, genau das, das brauche ich jetzt und, ähm, konntest du so richtig heftig abtauchen in die Welt und, ähm, ja. Ja, das Traurige ist ja eigentlich, dass die meisten Leute, glaube ich, gar nicht erstmal wirklich diesen Raid gesehen haben. Die haben einfach gespielt und irgendwann haben sie dann vielleicht keinen Bock mehr gehabt, so wie ich und haben dann einfach nicht mehr diesen Einstieg gemacht. Ja. Das ist eigentlich so schade, dass so viele diesen Raid dann eigentlich gar nicht gesehen haben und eigentlich diese, diese Magie von diesem Spiel dann gar nicht so richtig, äh, mitbekommen haben. Also alleine diese, es gab ja dann auch noch diese, ähm, diese, diese Puzzles und, äh, Rätsel rund um dem Spiel, die sich dann einfach auch, äh, wo sich dann die Communities dann zusammengetan haben und in irgendwelchen Discord-Channeln oder so diese Rätsel dann versucht haben zu lösen, die dann irgendwie teilweise Monate gedauert haben, weil du einfach irgendwas nicht gefunden hast oder irgendwie manchmal war es auch, äh, einfach gar nichts gewesen, wo sich die Community ein bisschen irgendwas zusammengesponnen hat, wo dann gar kein Rätsel war oder so, aber es war jetzt, das, dieses Mystische halt einfach so, das, weil du genau weißt ja, Bungie, die machen, die können sowas machen und, die Lore ist sehr stark. Das passiert immer wieder einfach in dem Spiel. Ja, die Lore war sehr stark im ersten Teil. Ich weiß nicht, irgendwie haben die nicht geschafft, die Magie in den zweiten mitzunehmen, finde ich. Kann sein, dass es sich das mittlerweile geändert hat. Die ist aber mittlerweile, habe ich das Gefühl, kommt die langsam wieder rein. Also, äh, es gab ja in Destiny 2 zum Beispiel auch Missionen, wo du die, die Whisper, falls du die noch kennst, das ist so eine Sniper, so eine Exo, da hast du ja auch diese Missionen gehabt, wo du dann diese, äh, da bist du auch auf der Venus gewesen. Ja. Und das war so eine richtig geile Puzzle-Mission wieder, wo du so ein Zeitlimit hattest und halt den Weg finden musstest. Ähm, und dann gab es halt auch noch die Outbreak-Missionen von diesem Pulsgewehr, das war auch wieder sowas ähnliches, wo du auch ein Zeitlimit hattest und auch wieder so eine Puzzle-Level, wo du erstmal gucken musstest, wo geht's jetzt überhaupt lang? Äh, und, halt dieses Rumrätseln war einfach immer so geil, das alles selber rauszufinden, auch wenn jetzt ein neuer Raid oder so rauskommt, mal diese Mechaniken halt selber rauszufinden. Ja. Und es gibt ja auch einfach keine Guides oder irgendwas zu dem Zeitpunkt, weil der Raid ist ja dann wirklich zu dem Zeitpunkt erst ein paar Minuten draußen. Ja, da sind ja auch die Runs losgegangen, wer das als erstes schafft, welches Team, welches. Ja. Und, ähm, das hatte schon einen sehr krassen Reiz. Ähm, ja, wie gesagt, es war auch so, ich hab dann zehn Jahre gar nicht gezockt und mich ein bisschen GTA Online dann probiert, das war dann schnell langweilig und Destiny hat mich dann so in den Bann gezogen. Das war schon ein geiles Spiel. Ähm, ja, Star Wars Battlefront dann als nächstes. 100%. Ähm, ja. Ja, ich hab ja vorhin auch schon mal Star Wars Battle 2 erwähnt. Ja. Ähm, das ganz alte. Und wo das dann natürlich rebooted wurde, da haben bei mir natürlich alle Lichter, alle Lichter angegangen. Mhm. Und ich fand so, ich, das war ja nur mit Multiplayer, oder? Das hat ja noch keinen Singleplayer gehabt, der erste Teil. Doch, das hat ja so Challenges. Das ist ein Coop-Modus war das aber nur, ne? Genau, genau, genau. Ja, okay. Ja, aber genau, also es war ja aber hauptsächlich Multiplayer trotzdem. Und das einzig blöde war bloß, dass das Gilberts Matchbacking hatte, fand ich. Okay. Ähm, aber das haben wir auch dann eine Methode rausgefunden, das zu umgehen und dann war es eigentlich auch ganz cool gewesen. Ähm, ja, Level 100 Legend erspielt oder dann irgendwann geboostet? Das war eine DLC-Trophy, ne? Ja. Nee, da haben wir Australien-Server, glaube ich, gemacht, in den Einstellungen und dann, äh, hier diese Droinen Ja, eingenommen. Dingen da einfach immer entschärft und oder irgendwie so, ja. Ja, genau. Level 50 war Main Game und Level 100 war dann DLC-Trophy. Ähm, mittlerweile sind die DLC-Modi tot, brauchst 20 Konsolen zum Starten, ja, und, ähm, das ist ein Graus, das auf 100% zu spielen. Mhm. Okay. Ich hätte auch gedacht, dass die das dann irgendwann patchen, dass die DLC-Trophys früher starten, weil der DLC-Pass war ja auch dann gratis irgendwann und haben die nicht gemacht. Also, B-Spin oder so kannst du nicht mehr spielen. brauchst du wirklich 20 Leute für. Okay, krass. So, weiter geht's. Alienation, PS-Plus-Spiel, äh, Twin-Stick-Shooter, ich fand den ganz cool. Ähm, ja, den hab ich durch meine zwei besten Kollegen da sozusagen auch angefangen. Mhm. Ähm, das hast du ja zu dritt gespielt, das Spiel. Und eigentlich, ähm, ist das nicht so mein Genre, aber ich fand's dann im Nachhinein echt cool eigentlich, hat eigentlich echt Spaß gemacht. Ja. Ich hatte bloß ein bisschen Pech gehabt mit diesen zwölf, mit dieser zwölf Mod-Slot-Waffe da, die hab ich eh nicht bekommen. Äh, die kann man, glaub ich, gedroppt bekommen, wenn ich mich nicht irre, aber kann auch sein, dass die es dann irgendwann gepatcht haben. Ähm, ja. Ja, es ist ja aber trotzdem random, ob die droppt. Also, war zumindest bei mir so. beim Coop-Partner kann die, glaub ich, droppen. Genau. Ach so. Kannst du ja im Coop spielen. Okay. Aber, wie gesagt, ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob das geht. Ähm, The Witness. Ach, da hab ich auch eine Story zu dem Game. Ähm, da hab ich auch gedacht, das ist so eine easy Platin eigentlich erst, weil das in PS Plus war, irgendwann mal. und, äh, da hab ich halt das angefangene Spiel und zu meiner Schande hab ich dann sozusagen so gefühlt 90% des Spiels komplett mit, ähm, Komplettlösung durchgespielt, weil ich einfach gesehen hab, ja, okay, mit Komplettlösungsschwierigkeit 2 von 10 oder so. Ähm, und dann war das Problem, aber irgendwann bin ich in dem Untergrund da angekommen. Dann hab ich auf einmal im Guide gelesen, ja, äh, also ab hier können wir dir jetzt leider nicht mehr helfen. Alles random. Weil die Rätsel alle random generiert sind und du musst dich jetzt leider selber kümmern, so, und dann musst du jetzt bei den ganzen Mechaniken, die ich im ganzen Spiel sozusagen gar nicht verstanden hab, mir erstmal irgendwie aneignen und dann diese scheiß Challenge da machen und da hab ich, glaub ich, äh, dann irgendwann, wo ich's geschafft hab, einen Tag lang 10 Stunden oder so da dran gesessen und dann hab ich wirklich in dem Schlaf diese Linie in die ganze Zeit gesehen, also das war auch schlimm gewesen. Ja, also ursprünglich, äh, konntest du auch die letzte Challenge cheesen. Du konntest pausieren. Ursprünglich, ja, aber wo ich das gemacht hab, da ging das schon nicht mehr, das war ja mit diesem Ruhemodus da. Genau, du konntest da pausieren und dann überlegen und, äh, hattest du den Zeitdruck nicht. Mittlerweile läuft die Zeit ja weiter oder du kannst dich mal pausieren, aber... Nee, dann bricht's direkt ab, wenn du das machst. Okay, aber du kannst ja, äh, auch digitale Version einspielst, downgraden, dann geht's immer noch. Okay. Nur, äh, bei The Witness wurde mir, glaub ich, gesagt, da gibt's irgendwie diese Update-Datei nicht oder die ist nicht auffindbar, aber bei ganz vielen Spielen geht das, ähm, ja, vor allem wenn dann, äh, Trophäen kaputtgebackt werden, dann, äh, kannst du das umgehen, indem du die Version downgradest. Da haben wir gemeint, das Spiel kann man nicht downgraden, ja. Weil da die, äh, Datei wahrscheinlich fehlt. So, dann geht's weiter. Ah, das war meine erste Platin. Downclane's is the Division. Okay. Das finde ich super, dass du das in der Liste hast. Ähm, da waren eigentlich auch nur die DLCs, also das Spiel auf Platin war relativ easy gewesen. Ja. Ähm, war's auch. DLCs waren dann halt teilweise, also ein Krampf gewesen, vor allem dieser Multiplayer-Modus, wo du irgendwelche Geeks in den Lobbysta hattest, die irgendwie DPS des Todes gemacht haben und dich einfach gewonshottet haben. Ja, kommt drauf an, was für ein Bild du hast, das, ne? Ja, ich hatte eigentlich ein gutes Bild, aber trotzdem haben wir mich trotzdem dann immer irgendwie... Gab's verschiedene Metas und, äh, mit jedem, mit jeder Update hat sich die Meta geändert. Und so, na, ich glaub, damals, wo ich's gespielt hatte, da hatten die dann irgendwie so dunkle, orangene Waffen irgendwie eingeführt und die hatten wir alle dann gar nicht gehabt. Ja, und, äh... Und dann gab's ja noch diesen Survival-DC. Ja, der war geil, oder? Den fand ich echt cool. Also, den hab ich am Anfang gehasst, aber dann wurde da nach und nach immer besser mit, wenn man das halt mit Leuten gespielt hat. Wenn man's verstanden hat, wenn man die Maps so ein bisschen verstanden hat, die Laufwege, hat es echt Spaß gemacht, aber die 100 Gegenstände waren trotzdem ein bisschen zu viel, meines Erachtens. Ja, ja. Vor allem dann, dass am Ende mit diesen komisch heftigen Gegnern, die da kamen, auf dem, auf der Dropzone, das war echt schon krass gewesen. Oh, wie hießen die nochmal? Hunter? Die Hunter waren es, glaub ich. Ja, die waren irgendwie so super special Einheiten einfach. Ähm, ja, krass. Aber krass, dass du auch die 100% hast, ähm, geiles Spiel. Geiles Spiel. Den zweiten hab ich immer noch nicht gespielt. Äh, Chalue auf mein Haupt. Hast du den zweiten gesagt? Ja, auch nicht. Okay. Nee. Geplant? Ja, wir hatten's mal geplant, aber irgendwie ist da nix mehr draus geworden, Alter. Ja, den muss ich auch mal spielen. Das Blöde ist, äh, man kann den DLC nicht sharen, ja, dann kann ich mit Nina nicht zusammenspielen. Das ist ein bisschen blöder. Vielleicht geht's mittlerweile, ich weiß auch nicht, ähm, es gibt so zwei, drei Games, da kannst du die DLCs nicht sharen. Ich weiß nicht, äh, wie die das machen. Das funktioniert da nicht. Mhm. So, Uncharted, ah, jetzt kommen diese abgefuckten DLC-Trophys. Uncharted 4, A Thief's End. Du meintest, ähm, ja, erzähl mal, erzähl mal. Ich will nichts von mir sehen. Du hast jetzt Bioshock-Übersprung, aber da kann ich jetzt eh nicht viel zu sagen. Okay, gut. Also ist okay, das war einfach nur ein Spiel, das war ja irgendwann ein PS Plus drin gewesen, ne? Ja, ja. Und das habe ich irgendwann dann auf Platin gemacht, einfach. Okay. Mit Guide. Gut. Man hat eine coole Story, aber. Und auch eine geile Atmosphäre, finde ich. Also, unverbraucht, mal was Neues gewesen. Ja. Ja. Dann Uncharted 4. Äh, ja genau, Uncharted 4 habe ich vor dem, bevor die Trophäen angeblich so schlecht gewonnen sind, mit dem DLC gemacht. Okay. Also, so, wie es angeht. So, so, ist mittlerweile kaputt gepatcht, weil die Leute am Anfang sich beschwert haben, dass es viel zu einfach ist, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und, Naughty Dog hat dann gesagt, okay, wir finden es zu leicht, dann geben wir euch. Wer hat sich denn da bitte beschwert? Also, ich fand das nicht zu leicht. Ich weiß auch nicht. Ich kenne die genaue Geschichte nicht dahinter. Ich weiß nur, die haben das echt, äh, heftig hochgepatcht vom Schwierigkeitsgrad. Du kannst es durchspielen, indem du Spawn trappst, du musst alle Spawns kennen und die Bosse glitschen. Anders kriegst du nicht die drei Sterne auf Crushing. Hm. Das ist, äh. Ich weiß bloß noch, wir haben immer die M21 oder so genommen als Waffe. Genau. Das war so eine halbautomatische Sniper. Mhm. Und die war halt super stark einfach gewesen, weil die halt sehr wenig Muni verbraucht hat und einfach die Gegner gut weggehauen hat. Ja, das DLC ist so Hardcore, sagt Tomek. Ja, ist abgefuckt. Weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Dann kommen wir zum nächsten abgefuckten Hardcore DLC Need for Speed 2016. Ja. Ja. Das ist so das abgefuckteste vom abgefucktesten, glaube ich, in der Liste. Also, das, ja, die Platin sieht man ja, ist ja ein Witz eigentlich. Ja, die ist geschenkt. Und du musst dir vorstellen, ich hab damals immer, hab ich so angefangen, E3-Präsentationen zu gucken, ne? Mhm. Und da wurde zum ersten Mal dann halt so ein richtig, also man hatte halt so eine Hoffnung einfach gehabt, so ein Need for Speed wieder im Underground-Style irgendwie. Man hat irgendwie gedacht, EA hat's jetzt eigentlich mal wieder gecheckt oder so, was die Community will. Und dann kommt halt dieses Spiel raus und ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich halt schlechtes Internet da, weil ich da in der Berufsschule auch wieder war, in dem Internat. Mhm. Und ich starte das Spiel so und denke mir bloß so, äh, wollen dich, also EA einen eigentlich echt verarschen oder so? Weil das Spiel lief ja komplett online. Ja. Und das, aufgrund der Verbindung oder so, glaube ich, war alleine, wenn ich Nitro gedrückt hab, also X, waren locker zwei Sekunden oder so, bis das Nitro mal losging. Und das lag an der Verbindung anscheinend. Mhm. Und das war einfach so, und alleine dieses Handling von dem Spiel, das ist gefühlt wie ein, also das ist, als wenn das ein Schiff war. Praktikanen programmiert hat oder so, das Handlingmodell. Ich weiß nicht, wenn sie da rangenommen haben. Ähm, also alleine schon, du hast ja einen extremen Input-Lag alleine schon, wenn du lenkst. Und was ganz schlimm bei dem Spiel ist, oder bei den Need for Speed-Teilen, die da auch danach kamen, ist, dass du dieses Break-to-Drift-Handling hast. Also das heißt, du kommst um die Kurven, um scharfe Kurven kommst du gar nicht rum, wenn du nicht driftest. Also du hast nur zwei, entweder du fährst gerade aus, und kannst halt ganz leicht so ein bisschen lenken, oder du gehst sozusagen in diesen Drift-Modus, den du halt über die Bremse tippen einleitest, da bist du wie in so einem anderen Modus drin, und dann kommst du in ganz scharfe Kurven rum. Aber das Problem ist, wenn du in diesem Drift bist, kannst du nicht schnell genug wieder in die andere Richtung rumlenken, und auch direkt wieder in diesen Drift-Modus reingehen. Das heißt, wenn du jetzt so eine S-Kurve hast, kannst du vergessen, du musst irgendwie versuchen, durch die S-Kurve geradeaus durchzufahren, sozusagen. Das ist einfach so dumm gemacht, ey. Ja, und das spielte dann natürlich bei den DLCs da nicht unbedingt. Also das hat dann nicht mehr viel mit Fahren zu tun, kann ich dir nur sagen, was da abgeht. Wie lange hast du dran gesetzt, bei den DLCs? Ich glaube, ja, auch so ein Jahr bestimmt, oder so. Okay. Also ich weiß nicht, wie lange die draußen waren, aber so ein halbes Jahr bestimmt mindestens. Okay, doch so lang. Und du brauchst halt bei den Rennen brauchst du halt diesen grünen Porsche, den du da auch auf dem Bild siehst, diesen RSR. Ja. Und da musst du gar nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie ich den getunt hatte, aber ich habe auch ein Video auf meinem Channel noch, da könnte ich es nachgucken. Und du musst halt ein ganz bestimmtes Setup einstellen, sonst kannst du es komplett vergessen. Und ich glaube, es gibt ja auch auf PSN-Profiles da so einen Guide dafür. Ja. Und also ich will denen da jetzt nicht was unterstellen oder so, aber das ist auch ein bisschen, also ich habe mit ein bisschen anderen Settings gespielt. Ich fand die Settings, die die da hatten, nicht so geil irgendwie. Und bei dem Drift-Event wird es ja noch schlimmer, da musst du ja diesen Lamborghini nehmen. Ja, den Horacar. Und das hat dann, das hat also absolut nichts mehr mit Driften zu tun, was du da machen musst. Das ist einfach, also das ist so ein komisches Tuning-Setup, da kriegst du aus irgendeinem Grund kriegst du da doppelt so viele Punkte, wenn du das ganz bestimmt tunest und anders kannst du das auch gar nicht schaffen. Also wer sich halt diesen Scheiß ausgedacht hat, da keine Ahnung. Tom, exakt, du sollst gerne die Settings durchgeben, aber da am besten. Ja, ich kann dir mal das Video, ich habe das damals gestreamt sogar. Ah, okay. Kann dir mal, bei irgendeinem Video hat man das gesehen, glaube ich, wie ich das eingestellt hatte. Gut, gut. Ansonsten, man kann das ja als Richtlinie nehmen, was bei PSN-Profiles da gibt es ganze Leute, die haben das verredet. Genau, und dann guckt man, wie kommt man damit klar, dann muss man ein bisschen selber Feintunik betreiben. Und das, was auch noch dazu kam, weil das ja online war, das Spiel, du musstest dir bei jedem Rennen genau merken, weil das war immer, komischerweise, wie so ein Pattern gewesen, weil du bist immer an einer bestimmten Stelle, ist auf einmal immer ein Auto aufgeploppt und es war immer dieselbe Stelle und irgendwann wusstest du, okay, genau, jetzt muss ich hier so rechts bleiben, weil da spawnt dann genau 10 Minuten, also das ist dann wirklich auch immer direkt vor dir erst aufgeploppt, du hast es vorher gar nicht gesehen. Richtiger Bullshit. Und dann musstest du schon vorher wissen, okay, ich muss jetzt rechts fahren, weil da ploppt jetzt gleich ein Auto auf, zu außen nichts. Das ist, also, ja, keine Worte, dass ich den scheinlich hatte. Da darf ich auch noch an der Grau es mir vor, gar keinen Bock. So, genug Need for Speed, Nio, nächstes Toads Like. Ja, absolut geiles Game. Geiles Game. Das habe ich damals durch Zufall entdeckt, bei irgendeinem YouTube-Video und ich war direkt von der ersten Sekunde an, wusste ich, dass das ein geiles Spiel ist. Okay. Weil es einfach ein Loot-Game sozusagen mit einem Souls-Game kombiniert hat und so ein bisschen Diablo auch noch mit drin ist. Ja, das klingt ja super und zwar ja auch was für mich. Frau Meg, wir müssen mal reden. Ja, genau, also das Problem ist ja bei Diablo, wie gesagt, auch bei mir nur diese Perspektive. Okay. Bei Nio hast du eine komplett andere Perspektive, so ein normales Third-Person-Kampf-Themen halt und das feiere ich halt direkt schon viel mehr. bei Diablo hast du diese isometrische Sicht an den Preis, glaube ich, ja. Ja, du hast halt nur diese eine Dimension, in der du dich bewegen kannst halt sozusagen, das gefällt mir halt irgendwie nicht so. So, dann geht's weiter mit Dirt Beer, das ist nicht DLC-verseucht mal. Nee, aber das fand ich absolut choice-lich, das Spiel, verglichen mit den anderen. Das hat auch eigentlich für mich mit Dirt, mit dem normalen Dirt eigentlich kaum was zu tun, weil die normalen Dirt-Teile waren ja immer so Arcade-mäßig eher und das ist eigentlich so ein Dirt-Rally eher. Okay. Das Game. Schade. Also das müsste man eigentlich eher Dirt-Rally 3 oder irgendwie so nennen. Okay. Und da gab's auch richtig nervige Online-Trophäen. Stimmt. Obwohl du, ich glaube, da musste man irgendwie, hatte man so ein bestimmtes Level und also das war immer so ein Balken gewesen und je nachdem, ob du gewonnen hast, hast du drei Punkte dazubekommen. Verloren hast du wieder Punkte abgezogen, also wie so ein Rank-System so ein bisschen und du musstest vielleicht zwölf Punkte haben oder so und das kann halt passieren theoretisch, wenn du halt neun Punkte hast und hast halt gute Gegenfahrer, dann kriegst du auf einmal wieder drei Punkte abgezogen und bist wieder bei null. Und bei mir ist es halt so passiert, ich war bei neun Punkten, dann war ich im letzten Rennen drin gewesen, war gerade erster Platz und nach dem halben Rennen oder so ist mein Spiel einfach abgestürzt. Dann war ich wieder bei null und hab sogar eine Strafe gehabt, als ich rausgegangen bin. Okay, ja. Horizon Zero Dawn. Trink mal eben kurz was. Bitte? Ich hab nur eben kurz was getrunken. Okay. Ja, fand ich auch super, das Spiel. Okay. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich hab's noch nicht gespielt. Ein bisschen dann die DLC-Trophäen, die dann kamen. Also da muss man nur auf New Game Plus durchspielen. Mhm. Auf Ultra Hard oder so. Aber das war auch relativ easy, wenn man diese Schleuder benutzt hat, diese Explosiv-Schleuder. Okay. So, dann ein bisschen abseits eine Frage. wenn du in der Position wärst, eine bestimmte Art von Trophäen zu verbieten. sei es Grind-Trophäen, Speedruns, Online-Trophäen, was auch immer, was nicht alles gibt. Was würdest du dann verbieten? Für 100% verpassbare Trophäen. Verpassbare? Weil das ist immer das allererste, was ich mache eigentlich mittlerweile, wenn ich ein neues Spiel anfange, gucke ich halt in irgendeinen Guide oder so und gucke, wie viele, ob bei verpassbaren Trophäen 0 steht oder so. Mhm. Weil dann weiß ich, okay, ich kann das Spiel jetzt einfach spielen, ohne auf irgendwas groß zu achten. Genau, da kann man es genießen und muss nicht auf zig Sachen achten. Ja, weil sonst ist es dann wieder scheiße, du genießt es vielleicht und dann weißt du, okay, ah scheiße, jetzt habe ich das, kann ich wieder ein komplettes Spiel neu anfangen. Ich denke mal, du siehst es ähnlich wie ich, du hast kein Problem mit Online-Trophys, oder? Ähm, der kommt immer ein bisschen auf das Spiel an, aber eigentlich meistens eher nicht. Gehört irgendwie dazu zum Struggle. Mhm. Okay. Also außer in Rennspielen, da finde ich es teilweise so ein bisschen unnötig manchmal. Okay. Ja. Ich finde es auch legitim in Rennspielen, aber ja, kann man ja so sehen. Need for Speed Payback. Ja, das war dann der nächste Teil der Reihe. Ja. Also in diesem Reboot fand ich auch absolut scheußlich irgendwie, also nur tausende Collectibles auf der Map einsammeln und ja, Handling-Modell auch wieder aus der Hölle. Also das hat mit den alten Need for Speed absolut gar nichts zu tun irgendwie. Rotzspiel wird hier eingeworfen. Ja. Kann man es so auch formulieren. Uncharted Lost Legacy. Legacy. Das war tatsächlich meine schnellste Platin gewesen, glaube ich. Ah ja, drei Tage, drei Stunden. Mega viel Spaß gemacht, das Spiel. Okay, cool. Battlefield 1, da haben wir ja kurz drüber geredet. Ja, also wie du schon gesagt hast, vorhin Kampagne echt gut gewesen, aber Multiplayer dafür echt ja, irgendwie. Ja, aber ja, ich liebe es für die Kampagne, da kann ich eine lustige Story erzählen, aber ich glaube, die habe ich schon mal erzählt mit den Gibt es ja eine Trophy, das sind so viele Sekunden auf dem Zeppelin. Ach so, mit den Flugzeugen abschießen, ne? Ja, stimmt. Das haben die nachträglich schwieriger gepatcht, aber ja, kann man downgraden und dann nochmal machen. Ja, da weiß ich auf jeden Fall, dass ich da auch ein paar Versuche noch gebraucht habe. Ich habe es dann downgegradet und First Try und davor habe ich da glaube ich vier, fünf Stunden herangesessen. Dann habe ich mir einen Videoguide angeschaut und gesehen, ey, das sieht ganz anders aus als bei mir und dann, ja, hat es Klick gemacht. Gut, dann weiter, Shadow Warrior 2, keine Easy Platin, ein bisschen anderes Spiel, wie fandest du es? Das habe ich mir damals geholt, weil ich das bei einem, bei jemandem im YouTube-Video gesehen habe, der macht normalerweise immer so, redet über alle möglichen Themen und hat das im Hintergrund gehabt und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, was das für ein Spiel ist, weil ich das überhaupt nicht kannte irgendwie und das habe ich mir dann geholt und hat echt Bock gemacht. Das einzige Problem war dann irgendwann diese scheiß Orbs zu farmen und diese Collectibles dazu finden. Also du musstest ja irgendwelche, das Problem war halt, es gab immer so Chunks nur auf den Maps, also du hast keine feste Map gehabt, sondern es war so ein bisschen random generated immer gewesen und du musstest halt immer gucken, wie sieht jetzt der Chunk aus, wo dieses Collectible drauf ist und man hat halt nur einen Textguide gehabt, wo man so ein paar Bilder gesehen hat und dann musste man sich irgendwie immer zusammen reiben, ja ist das jetzt hier der richtige Chunk sozusagen, wo ich das Collectible finden kann und das war dann echt so ein bisschen nervig, aber ansonsten echt ein geiles Spiel gewesen. Okay, cool. Den ersten Teil auch geplant in Zukunft? Nee, ich glaube nicht. Aber den dritten werde ich mir auf jeden Fall holen. Okay, dann geht es weiter. Das heißt mir, ich bin ein bisschen zu alt. Dann geht es weiter mit meiner zweiten Platin. Daigen live. Geiles Spiel. Okay. Ja, das war auch echt ein schönes Zombie-Game gewesen. Ja, wie fandest du Bosax Horde? Ich habe da auch noch so Bruchstücke in Erinnerung, aber es war auf jeden Fall nicht leicht. Ich weiß bloß nur, dass man solche komischen in so einer riesigen Halle war irgendwie und da so eine Platten immer runterhingen an so Drähten irgendwie und da musste man dann irgendwie rüberklettern und dann wie so einen fetten Gegner am Ende töten. Genau. Aber noch, wenn man die Route hatte und so, dann war das eigentlich auch machbar. Genau. Das war so ein Survival-Modus. Man musste bestimmte Aufgaben erfüllen in einer bestimmten Zeit und war ein cooler Modus. die Zeiten waren knackig, um das zu schaffen. Genauso wie Und dann gab es ja noch dieses Parcours-DLC. Ja, das war geil, oder? Ja. Also, was ich halt gehasst habe, waren diese Dinger bei Nacht. Bei Nacht, ja. Das war schlimm. Aber ja, auch geschafft 0,59% Completion Rate. Ey, krass. Die ist auch so heftig niedrig. Liegt halt an Bosax Horde. Da brauchst du mindestens, hast du das Solo gemacht oder in der Gruppe? Ne, das habe ich auch mit. Also, ich habe sozusagen bei Uncharted 3 damals durch meinen Kollegen, den ich in der Berufsschule hatte, habe ich dann über Uncharted 3 einen anderen kennengelernt, den ich jetzt schon seit 11 Jahren kenne oder so, oder seit 10 Jahren. Okay. Also, mit dem habe ich so gestern erst wieder gespielt, zum Beispiel. Und über den, der hat dann mit Uncharted 2 mit jemand anders geboostet. Okay. Und sozusagen, die beiden und ich, das sind dann sozusagen die Leute, mit denen ich bis heute immer solche Games als Spiele, so Korpsachen oder so, oder Destiny auch. Also, das ist so ein festen Kern für Korps. Genau, ja. Wir haben da auch unsere Telegram-Gruppe und so. Ja. Also, so macht es am meisten Spaß. Ja. Und wir sprechen uns halt auch vorher mal ab, so wenn wir irgendwie so, also wir haben halt relativ denselben Geschmack immer beim Spiel. und da stimmen wir uns dann auch vorher mal schon ab, wenn wir irgendein Spiel vielleicht sehen, was, was wären könnte. Ja. Geil, wenn man sowas hat, auf jeden Fall. Dann hat man halt immer direkt schon die Leute, sondern man weiß, man kann sich auf die verlassen und kann halt nichts schief gehen. So, weiter geht's mit A Way Out. Das ist dein schnellster Platinum bis jetzt mit 23 Stunden und 36 Minuten. Ach so, okay. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Ja, jetzt weißt du Bescheid. Ja, die war ja auch echt einfach schon der, ich hab das Spiel schon komplett vergessen, ehrlich zu sein. Ja, ich fand's ein bisschen überbewertet. Wie fandest du das? Ja, bei mir ist halt das Ding, ich bin so extremer Gefängnisausbruch-Fan aus irgendeinem Grund. Prison Break. Ich fand halt Prison Break extrem geil, also vor allem die erste Staffel, das gibt mir halt irgendwie immer so eine, ich finde das halt extrem spannend, irgendwie dann, wenn die so aus dem Gefängnis ausbrechen wollen, aus irgendeinem Grund. Das war halt auch sehr klischeehaft teilweise, aber ich fand's irgendwie trotzdem geil, dass man halt, also die haben ja da teilweise irgendwie hinter der Toilette irgendwie dann halt das Loch gemacht und so. Ja. Am Ende war's dann halt ein bisschen zu viel rumgeballert irgendwie, aber ich fand's eigentlich trotzdem eine coole Idee auch mit dem Splitscreen und so. Ja, also ich, es war halt mega gehypt, es war okay, es war solide, aber halt, weißt du, bei so gehypten Sachen, dann denk ich mir immer so, zu krass gehypt. War das echt zu gehypt? Also ich hab das gar nicht so mitbekommen. Es war mega gehypt. Okay. Die Retail-Fassung ging dann auch für 100 Euro über den Gebrauchtsmarkt, weil die relativ selten war. Und ja. Prison Break. Wenn ihr Prison Break-Fan seid, dann schaut euch die Verurteilten an. Den kennen die meisten bestimmt. Das ist einer der besten Filme allerseits. Ja, bei dem, da war das Problem bei mir, das war bloß nur ein Film gewesen. Es war halt zu kurz gewesen. Okay, okay. Ja, da geht ja fast drei Stunden, glaube ich, oder zweieinhalb. Ja, aber Prison Break geht halt 24 Stunden oder so. Ja, Prison Break kannst du aber nach der ersten Staffel auch ausscheiden. Dann wegschweißen. Und die zweite Staffel auch noch gut eigentlich. Also, wer an das Geld kommt und so. Ich glaube, die dritte Staffel war dann bei mir komplett vorbei, als dann der Bruder ins Gefängnis gekommen ist. Also der Michael ins Gefängnis gekommen ist. Ja, das war dann so. Und der Bruder ihn dann rausholen wollte. Das war dann einfach umgedreht. Aber vielmehr ist, er spielt bei mir halt auch die Musik da mit und so. Okay. Spoiler-Alarm. Sorry. Haltet euch die Ohren zu. God of War. Boah, das habe ich ja erst platiniert. Superspiel. Wie fandest du das? Ja, Superspiel, wenn man es nicht auf Platin machen will. Wollte ich sagen. Wieso? Also die Collectibles. Kommt natürlich immer drauf an, ne, also was halt extrem nervig sein kann, sind halt die Collectibles. Ja, das war nervig. Weil das halt einfach so übertrieben viele wieder sind. Ich glaube, 361 Stück waren es, glaube ich. Aber man kann theoretisch, wenn man alles wirklich so ganz in Ruhe erkundet, kann man die sogar alle schon so finden, ohne einen Guide. Und dann ist es wiederum eigentlich ganz cool. Das ist ganz gut, dass es einen Tracker gab auf der Map für die einzelnen Gebiete. Das hat sehr viel geholfen. Ja. Und, ähm, ja. Das hat mir, hat schon schlimmere Collectibles. Äh, äh, Orgien hinter mir. Ja. Oh, dann ein Grindy Game, Monster Hunter World, hast du in vier Monaten durchgezogen, ein paar Goldgroten gesammelt. Krass, dass es vier Monate nur waren. Ja. Ähm, kam mir auf jeden Fall länger vor, weil da sind auf jeden Fall eine Zeit lang gefühlt jedes Wochenende für draufgegangen. Und ich hab auch schon teilweise dann manchmal echt gezweifelt, ob ich das wirklich fertig machen soll. Weil wenn du da wirklich einen Vieh schon 60 Mal gekillt hast und es ist einfach immer noch nichts gekommen, so, dann ist das einfach echt demotivierend. Aber irgendwie, vor allem das Problem ist dann halt auch, wenn dir die Quests dafür ausgehen, für diese, für das bestimmte Monster, dann musst du wieder Quests erstmal fahren und Fußspuren sammeln und so ein Zeug. Ähm, aber Gott sei Dank gab es diese Event-Quests. Ja. Die haben dann immerhin bei den normalen Viechern geholfen. Das stimmt. Waren nur noch die, ähm, Drachen da schwer gewesen. So, bei so einem langen Grindr-E-Spiel nehme ich mal zu Anlass die nächste Frage. Gibt's ein Spiel, das du abgeschlossen hast, ja, das du platiniert hast, wo du dir dann im Nachhinein gesagt hast, ey, hätte ich das gewusst, was alles damit zusammenhängt, ich hätte das niemals angefasst. Ja, auf jeden Fall mehrere Sachen. Erzähl mal. Also, Uncharted 3 zum Beispiel. Ja. Und, äh, ganz weit oben auf der Liste Fortnite. Ja. Okay, da habe ich schon was vorweggenommen, aber cool. Ähm, Monster Hunter World zählt nicht dazu? Nee, also, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Oder das nächste Spiel, Origins, ist es ja auch, ähm, nee, Origins, das war richtig gut gewesen. Ja. viele finden das ja nicht so, also, die sind ja nicht so damit einverstanden, dass es so eine Wendung genommen hat, die Serie, das war ja eigentlich eher so ein Stealth-Game früher gewesen. Aber das hat zum Beispiel mir wiederum halt nicht so gefallen. Und deswegen hat mir halt die, dieser Reboot dann so zugesagt irgendwo, dass es halt so ein RPG, Open World Ding geworden ist. Wobei dann die Teile danach auch wieder schlechter geworden sind. Ja. Aber Origins war echt ein cooles Spiel gewesen. Ich mag halt auch dieses Ägypten-Setting und so. Ähm, ja. Gerade wenn man so das erste Mal die Pyramide so hochgehen kann und so. Ist schon echt geil gewesen. Ich bin ja auch kein Assassin's Creed-Fan, aber Origins und wie heißt der andere? Odyssey. Odyssey, ja. Die muss ich... Valhalla. Valhalla soll dann wieder richtig rot sein. Aber Origins und Odyssey muss ich mal eine Chance geben. Ich glaub, die könnten auch was für mich sein. Aber die originalen Assassin's Creed, da bin ich ein viel zu großer Prince of Persia-Fan, äh, der das hundertmal besser gemacht hat als Assassin's Creed. Aber, ja. Das ist halt meine Meinung. Ähm. Ich, ja. Gehen wir weiter. zu Far Cry 5. Ähm, ja, das ist eigentlich vom Prinzip her so ähnlich wie bei Far Cry 4. Die Platin war eigentlich auch relativ easy wieder gewesen. Das Einzige, was ein bisschen abgefuckt hat, waren diese Arcade-Sachen. Okay. Ähm, und die DLCs, also diesen Mars-DLC fand ich teilweise auch schlimm. Okay. Weil, bei dem hatte ich das Problem gehabt, dass mir irgendwie ein Collectible oder so gefehlt hat und dann musste ich das ganze DLC nochmal spielen. Hast du Bock auf Far Cry 6 oder sagst du irgendwann reicht's auf? Äh, so, ja, so ein bisschen, aber so langsam. Ähm, also das Setting ist auch wieder ein bisschen ansprechender für mich, aber irgendwie ist es trotzdem so langsam so ein bisschen ausgeleiert für mich irgendwie. Okay. So, weiter geht's. Battlefield. Battlefield 5. Ähm, hatte das eine Kampagne gehabt? Nee, ne? Doch, das hatte eine Kampagne, aber keine gute. Ich sehe dabei den nicht. Keine gute. Ja, siehst du, da habe ich sie wahrscheinlich immer vergessen, die Kampagne. Ähm, war sehr, sehr schade nach dem ersten Teil, also nach Battlefield 1, der Nachfolger Battlefield 5. Wo ging's denn da? Also ich weiß da wirklich legit gar nichts mehr von der Kampagne. Ich auch nicht, aber war... Ja, gut. Das war sogar der Großteil der Trophäen. Also es gab, glaube ich, nur sechs Online-Trophäen oder so. Mit der Tod von oben, die ein bisschen nervig war. Der Rest war easy. Ja, was ich halt schade fand bei dem Spiel, war halt, dass man halt gesehen hat, dass DICE halt extrem geiles Gunplay eigentlich machen kann. Also das Gunplay von dem Spiel war halt eigentlich wirklich super gewesen. Nur das Setting war halt einfach... Also ich finde halt World War 2 für so ein... Die wollten das ja auch halt zum Game as a Service dann weiterentwickeln, was sie dann im Nachhinein komplett weggeworfen haben. Ja, wegen dem Shitstorm, den sie bekommen haben von Anfang an. Ja, und das ist halt einfach auch ein scheiß Setting dafür. Also was willst du da groß machen? Da machst du dann irgendwie einen pinken Waffenskin und dann regen sich halt eh wieder alle auf direkt, dass es in den Zweiten Weltkrieg ja sowas gar nicht gab und so. Ja, aber guck mal, die Leute, die dann so laut auf Reddit rumschreien, ich würde die einfach ignorieren. Weil die sind eh nicht die Ziel-Player-Base. Ja. Ja, klar. Aber ich finde halt, es eignet sich jetzt so ein Setting in der Moderne allgemein jetzt schon einfach besser dafür. Ja, aber du kannst es auch, du kannst es ja auch coole Erste-Weltkrieg-Skins machen, geht es ja auch. Ja, aber es fängt ja so, es fängt ja jetzt schon bei den Waffen zum Beispiel an. Weil im Zweiten Weltkrieg hast du gefühlt nur Repertiergewehre und irgendwelche vielleicht so ein paar vollautomatischen Waffen oder so und da hast du ja alleine schon im jetzigen Setting eine viel größere Auswahl. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, ja, also ich weiß noch, den es schützt drauf. Aber ich freue mich auf den neuen Battlefield-Teil, da wird bestimmt wieder gut. Ja, ich bin auch gespannt. Und es ist ja bald soweit. Mal sehen, was da auf und zu kommt. So, weiter geht's. Minecraft, PS3. Ja, Minecraft habe ich damals eigentlich auf dem PC zum allerersten Mal gespielt und da habe ich es mega krass abgesuchtet. Aber auf der PS3 hat es mich dann eigentlich nur noch abgefuckt. Okay. Weil eigentlich wollte ich es nur auf Platin machen und dann wusste ich halt nicht, dass da so viele DLCs dann noch nach und nachher kommen. Ich verstehe. Daher kommen. Aber zum Glück hat es ja dann irgendwann aufgehört bei der PS3. Dann ging es auf der PS4 weiter mit der zweiten Liste mittlerweile. Ja. Zum Glück nicht. Ja. Das Glück habe ich nicht. Und ich bin ja da auch irgendwann ausgestiegen. Also ich habe halt wirklich Minecraft damals in der Alpha 1.2 oder so angefangen und dann bis zur Beta 1.4 oder so so wirklich gespielt. Okay. Und wo das dann alles da anfing mit irgendwelchen Zauberträgen und so, da war ich halt einfach so raus dann irgendwann bei dem Spiel. Ja, Alex sagt Minecraft, mein Herz bricht, ich weiß auch wieso, wenn man die Bedrock Edition gekauft hat nach dem die Versionswechsel war. Gucken, ob die Trophy, die er da nicht bekommen hat, bei mir drin ist oder ist die nur bei der PS4-Version drin? Die ist auch bei der PS3-Version drin. Okay, also müsste ich das sozusagen auch gemacht. Ach stimmt, irgendwas mit dem Schneeball habe ich gemacht. Genau, das sind die und mit dem Fall und Bogen im PvP-Modus und das geht bei der PS4-Version nicht mehr, wenn du die Bedrock Edition gekauft hast. Nachdem schon das Bedrock-Release draußen war, kannst du nicht die Edition wechseln auf die Original-Java. Das war wie so eine Mini-Arena irgendwie, ne? Genau, genau. Und ja, das geht leider nicht mehr bei der PS4, was die 100% ausschließt von neuen Teilnehmern. So, weiter geht's. Destiny 2. Ja, Destiny 2, das spiele ich bis heute noch tatsächlich. Und ich kann auch jedem der dem oder jedem sagen, dass er dem Spiel vielleicht mal wieder eine Chance geben kann. weil ich weiß halt von vielen, dass die Meinung oder der allgemeine Meinung zum Spiel ist halt irgendwie, dass es zu Release halt geil war irgendwo und dann gab's halt nach einer Woche kein Content und dann haben's gefühlt alle Leute gequittet. Aber mittlerweile ist, hab ich das Gefühl, halt gerade wenn das neue DLC rauskommt, das große, dass es halt wieder in eine richtige Richtung geht. Gerade wenn man so die Kingsfall geil fand in Destiny 1, also diese erste Erweiterung, die große, dann könnte man da echt wieder Spaß mit haben, glaube ich, weil das hat mir echt so ein Gefühl gegeben, dass das wieder sowas wird. Also ich muss sagen, ich hab's zu Release gespielt, mir hat's zu Release gar nicht gefallen, es hat sich so richtig unfertig angefühlt. Irgendwie alles erzwungen, ich hab das dann gezockt, als dann Forsaken schon draußen war und dann klar war, es kommen wahrscheinlich keine neuen Trophies mehr und da hat's mich dann wieder gepackt und ich hab das echt am Stück durchgesuchtet, auf 100% gekloppt und hatte echt riesen Spaß damit. Vor allem, weil's kostenlos ist, man muss das Forsaken DLC kaufen für 100%, das kriegt man aber relativ günstig. Ja, das Problem war halt gewesen am Anfang, dass es ja keine Random-Rolls gab, ne? Ja, ja, stimmt. Und das kam ja dann alles erst, da hat halt Activision irgendwie seine Finger mit dem Spiel gehabt, denke ich mal und weil, also so blöd ist ja kein Entwickler, die haben so geil das Spiel weiterentwickelt in Destiny 1 bis zum, bis zur Rise of Iron und dann machen die da auf einmal so einen dummen Change, also das muss halt an Activision oder so gelegen haben. Ja, aber was auch blöd ist, da waren ja auch Diablo-Entwickler mit dabei, ja, und Diablo ist ja das Loot-Game überhaupt, dass dir nicht aufgefallen ist, dass du nach einer Woche alle Exos hast in der besten Ausführung, wie dumm. Ja. Wie dumm, aber ja. Ja, vor allem, du hast halt, also das hat ja gar keinen Sinn gemacht, dass du durch eine legendäre Waffe gedroppt bekommen hast und dann hat es dir gar nichts gebraucht, wenn du die nochmal gedroppt bekommen hast. die wollten es einsteigerfreundlicher machen, aber haben die Ja, und das Komische war ja auch gewesen, die ganzen Magazine und so, die haben das Spiel ja mega gut bewertet auf einmal im Vergleich zu Destiny 1, weil die das damals halt irgendwie gesehen haben, als wenn das irgendwie wie so ein Halo-Spiel ist, wo du einmal die Kampagne so durchspielst. Aber das ist ja einfach komplett was anderes gewesen, das Spiel. Das stimmt, ja. Die haben jetzt nicht gecheckt, ja, mal gucken, wo die Reise weiterführt. Ich hoffe, es kommen nicht noch neue Trophys. Dann aber bei Destiny 3. Wenn doch, du bist gerne willkommen. Ich kann dir da gerne weiterhelfen. Super, aber spätestens bei Destiny 3 bin ich wieder am Start. Sehr gerne. Falls das irgendwann mal kommen sollte. Also die haben ja jetzt letztens angekündigt, dass mindestens bis 2024, glaube ich, wird das DLC The Final Shape heißen. Und danach soll es immer noch weitergehen. Also es stand dann immer noch End Beyond. Also wer weiß, ob irgendwann vielleicht sogar die 2 wegkommt und das irgendwie Destiny Universe oder so heißt. Aber du kennst doch Bungie, die übersprechen viel. Aber dann kommt es meistens anders. Manche Sachen sagen sie auch, ja, das werden wir niemals zurückbringen oder so und dann auf einmal, ja, bring es doch zurück. Ja, deswegen abwarten, abwarten. So, dann weiter. Sekiro, Shadow, die Trice, das nächste Souls-like. Ja, absolut geiles Spiel. Also, das war auch so ein Spiel, wo ich das wirklich zu release, glaube ich, innerhalb von einer Woche oder so. Ach, hab ja sogar eine Woche, ja gut, zwei Wochen. Aber in einer Woche hatte ich es glaube ich durch oder so gehabt und das hat mich halt auch komplett auseinandergenommen das Spiel. Bei dem ist halt das Problem, dass du erstmal checken musst, dass du dieses Block-System benutzen musst. Das Parry-System ist sehr stark ausgeprägt. Ja, weil du halt bei Dark Souls nimmst du das Schild die ganze Zeit, bei Bloodborne musst du ausweichen und da ist halt die Mechanik, dass du einfach dieses Parry-System benutzen musst und ich hab das halt die ersten 20 Spielstunden oder so einfach nicht gecheckt und ich hab am Anfang auch noch einen Fehler gemacht, dass ich irgendwie eine falsche Dialogoption ausgewählt hab und dadurch ist das Parry-Fence da kleiner geworden, was ich halt auch nicht wusste und ja, dann war das halt extrem schwer dadurch gewesen. Okay, was ist dein Favorit Souls-like Game, sorry, welches ist dein absolutes Lieblings Souls-like? Kann man das so sagen? Absolut, würde da jetzt auch Neon so dazu zählen? Ja, ja, also nicht nur From Software, sondern alles, was in die Sparte fällt. Boah, das ist echt schwierig. Ich glaube, ich würde sogar echt sagen Nioh 2. Okay, und was würdest du einem, jemand, der sich mal an der Sparte probieren will, welches Spiel würdest du da empfehlen zum Einstieg? Also das allerbeste wäre, glaube ich, wenn irgendwann mal ein Bloodborne-Remake mit 60 FPS rauskommen würde, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Eigentlich ist Bloodborne wirklich ein super Einstieg, aber das Problem bei dem Spiel ist einfach, dass du erstens 30 FPS hast und dass das Frame-Pacing einfach unglaublich schlecht ist, weil du kriegst wirklich, die ersten Tage kriegst du Kopfschmerzen vor dem Spiel. Okay. Und das ist einfach so ein ganz komischer Flow ist, weil das Frame-Pacing halt so schlecht ist. Also du hast halt immer keine glatten Frames, immer das schwankt immer hin und her. Okay, und Stand aktuell? Die Frame-Time dazwischen. Und Stand aktuell? Welches würdest du aktuell empfehlen bei der aktuellen Auswahl? Warte, da muss ich mal eben in meine Liste gucken. Ich glaube, also wenn man eine PS5 hat, dann auf jeden Fall das neue Demon's Souls, würde ich sagen. Okay. Als Einstieg. Oder Dark Souls 3 könnte ich auch empfehlen. Gerade wenn man eine PS5 hat, da läuft das nämlich auch mit 60 flüssigen FPS. Okay. Und ist eigentlich relativ einsteigerfreundlich. Man ist nicht so, so bewegt sich nicht wie so ein Klotz. Mhm. Wie ein Dark Souls 1 zum Beispiel. Und ist halt relativ mobil, weil die ganzen Erfahrungen, die die in Bloodborne gemacht haben, sind damit eingeschlossen. Das merkt man einfach. Okay. Gut zu wissen. Danke für den Hinweis. Ich denke, ich würde mit Demon's Souls starten, wenn ich jetzt wählen müsste. Ja. Vielleicht kommt es demnächst dazu. Mal gucken. Final Fantasy 15. Ein Graus macht sich bei mir breit. Ein Graus, ja. Also vor allem die DLCs. Oh mein Gott. Das Hauptspiel war echt nicht schlimm gewesen, außer diese komische Schildkröte da zu töten. Da hatte ich auch gefühlt, das ganze Spiel bei mir ist da rumgebackt. Irgendwie gefühlt, weil der Kampf zwei Stunden ging oder so. Aber gerade diese komische DLC, wo du diese Sachen da sammeln musst, ist einfach Krampf gewesen. Und dann noch dieser Online-Modus dazu. Ja, Comrades. Die es zum Glück nicht weitergeführt haben. Die haben es ja als Standalone nochmal rausgebracht. Das war auch voll der komische Move. Die haben es rausgepatcht aus dem Spiel. Deswegen musst du das Spiel runterpatchen, um die 100% noch zu erspielen, wenn du Comrades nicht fertig hast. Haben es als Standalone rausgebracht, haben das kurz noch weiter gepflegt und dann auch fallen lassen. Ja, also was auch immer die mit dem Modus bezwecken wollten, das war auch ganz komisch irgendwie. Und ja, dann das Schneemobil-Rennen. Absolute Katastrophe. Die Ladezeiten. Dann gab es ja auch noch dieses komische Gladio-DLC oder so. Das war ja glaube ich das allererste. Das fand ich nicht so schlimm. Ja. Ja, den Noctis-DLC war nicht kacke, weil du da gegen den Dings kämpfen musst. Wie heißt denn der Protagonist? Ilfriter oder so, ne? Nee, nee, das meine ich nicht. Wie heißt denn der aus dem Hauptspieler-Typi? Ach so, diesen Arden, da meinst du? Ja, da musstest du dann gegen, ach, keine Ahnung. Katastrophe. Katastrophe. Ja, ich habe auch irgendwann gedacht, also, dass die irgendwann mal, ob die irgendwann mal aufhören, damit DLCs bei dem Spiel und irgendwann haben sie ja dann zum Glück aufgehört, endlich. Ja, da waren noch mehr angekündigt und ich glaube zwei haben die nicht mehr rausgebracht. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So ein langweiliges Gameplay, die Story war zum Einschlafen, die Gruppe, die Gruppe war so anstrengend, ja, vor allem fand ich das auch einfach, also dieses Setting irgendwie, das war ja mein allererstes Final Fantasy und das ist da irgendwie so eine Fantasy-Welt und ich fand diese Dungeons, die dann so am Rand der Map immer waren, fand ich auch echt cool eigentlich. Aber dieses da in der Open World, dass du dann irgendwie da so Straßen hast und da irgendwie mit so einem mega modernen Auto dann so lang fährst und der macht die ganze Zeit irgendwelche Fotos da irgendwie, das war einfach alles so weird gewesen und du konntest dann auch nicht mal richtig lenken mit dem Auto, das waren nur so vorgegebene Wege gewesen irgendwie, also. Und die Nudelssoup-Werbung, die Produktplatzierung, die war richtig cringe. Ja, richtig cringe. Ja, aber ich habe mitbekommen, bei Death Stranding ist es noch schlimmer mit der Product Placement. Achso. So, dann Ni No Kuni 2. Ganz anderes Gameplay als beim ersten. Ja, fand ich am Anfang auch echt cool eigentlich das Spiel, weil es ein anderes Kampfsystem hatte und das hat auch echt mehr Bock gemacht. Aber irgendwann wurde es dann auch halt sehr grindy mit dem Leveln und so und es gab ja da noch diese komischen Schlachten, die fand ich auch echt ätzend und es gab noch diese andere Minispiel, was mir jetzt aber gar nicht einfällt. Mir auch nicht. Auf jeden Fall gab es auch irgendwie so ein anderes Minispiel, was aber auch keinen Bock gemacht hat. Aber so das Spiel an sich hat ja eigentlich eine einfache Platin gehabt und das DLC war dann halt nochmal schwer gewesen. Da musste man dann sich halt mega hochleveln und irgendwie krassen Zauber halt haben, dass man es überhaupt geschafft hat. Ja, das nicht zu kommen. Das hat auch die Completion Rate 1,5 Prozent bei den 100 Prozent. Achso, eine krasse Divergenz zwischen Hauptspiel und DLC ist. Und was bei den Ni No Kuni Teilen auch ein ganz großes Problem ist, du findest einfach kaum Guides zu einem Spiel, selbst in Englisch. Wenn du da irgendwo mal irgendeine Item Location suchst oder so, kannst du kaum was finden. Okay, wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre ein bisschen präsenter. Aber gut so ist. Das ist halt meistens so auf Japanisch, weil das so ein japanisches Spiel ist, habe ich das Gefühl. Ja, aber das ist im Westen ja auch relativ beliebt, hat es einen Liebhaber im Westen. Deswegen hätte ich gedacht, das ist ja nicht so ein krasses Step-Point-Spiel. Es gibt zwar so Ni No Kuni Viki, aber das ist irgendwie total useless. Okay, gut. Gehen wir weiter zu Bioshock Infinite. Den zweiten Teil hast du noch nicht gemacht oder kommt der noch? Den habe ich auch, aber da habe ich noch keine Motivation gehabt, den zu machen. Ah, okay. Aber den Infinite, den kenne ich halt auch noch von früher und da habe ich, echt Bock drauf gehabt, den zu machen und der hat auch eine richtig geile Story, finde ich. Nur die DLCs waren dann wieder nervig gewesen. Mit diesem, was war das noch mal mit dem über den Wolken Ding irgendwie und die DLCs auf der PS3 sind schlimmer, für den zweiten zumindest. Sind das andere dann? Ja, das ist der Online-Modus. Ach, stimmt, ja. Du musst auch stumpf leveln und Katastrophe. Aber hast du bei der PS4-Version dann nicht mehr. Kannst du mal kurz reingehen, dass du mal die DLCs siehst? Klar. In das Spiel. Kampf in den Wolken? Ja, das wusste ich noch, Kampf in den Wolken. Was war das andere? Seebestattung, Episode 1. Seebestattung. Eine Tauchkugelfahrt. Ach, das war das, wo man mit der Frau dann da so rumgerannt ist. Ja, genau. Und Seebestattung, Episode 2. Ja, okay, stimmt. Ja, gut, das ging, da musste man nur so ein bisschen durchschleichen. Da hatte ich auch irgendwie so einen ganz komischen Glitch, dass die Trophy auf einmal ganz woanders schon gepoppt ist, als wo es eigentlich soll. Passiert manchmal. Ja. Ja, und als nächstes Don't Believe the Hype, Anthem. Ja, da kann man nur dickes Omega-0 dazu sagen. Schade. Hätte Potenzial haben können, aber reinscheißen. Also bei dem Spiel habe ich halt wirklich einen richtigen Hass drauf, weil das meinen kompletten, ich habe mir extra eine Woche Urlaub genommen, wo das Spiel rauskam. Habe dann zwei Tage gezockt, hatte irgendwie null Bock gemacht, aber irgendwie haben meine Kollegen das noch weiterspielen wollen, habe ich da irgendwie mitgemacht. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo dann so eine Quest kam und da brauchst du so ein bestimmtes Item und irgendwie ist bei mir das Item halt nicht getriggert. Und dann konnte ich halt das komplette Spiel also meinen kompletten Account löschen und mal komplett von vorne anfangen, weil das irgendwie so ein Game-Breaking-Bug war, wo du dann einfach nicht weitergekommen bist. Und dann, ja, habe ich irgendwie, war ich total demotiviert und habe den Rest vom Urlaub irgendwie gar nichts gemacht. Und dann irgendwann nach einer Woche wieder angefangen. An dieser Stelle, Trophäen können auch depressiv machen, Leute. Lasst euch die nicht runterziehen. Das war ja nicht mal die Trophäen in dem Spiel, das war halt das Spiel an sich einfach. Weil das war halt einfach so eine Enttäuschung. Ich weiß, was du meinst. Und dann, wir haben ja die scheiß Trophäen noch nicht mal richtig funktioniert, weil das einfach alles so verbuggt war bei dem Spiel. Da musste ich dann irgendwie zwei Monate warten oder so, bis du die Trophäen dann anlocken konntest. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.